Wir haben komplett Slurpy Swims gefinisht. Haben wir richtig gut gemacht. Wohin sollen wir jetzt lang? Komm mal her, hörst du das? Sag mir nicht, dass wir die legendären Lichtshirter gefunden haben. Doch, da sind sie. Oh mein Gott, Trifox, komm mit! Ray's Lichtshirt und Kylo Ren's Lichtshirt. Renegade Raider, bist du in der Lage, das Lichtschwert an dich zu reißen und damit umzugehen? Trifox, ich bin sowas von in der Lage, damit umzugehen. Freunde, zersprengt den Like-Button! Ich zähl auf euren Support und jetzt viel Spaß mit dem... Wir... Was passiert hier, Trifox? Oh mein Gott, was ist hier? Vor uns sitzt Stormtrooper! Gib mir Rückendeckung, Bro! Wir sind Stabarm. Komm mit, komm mit, komm mit! Ich blockier' gerade alles! Boom, 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 boom! Und zack, Digga! 45 Damage und boom! 150! Ich werde von hinten attackiert. Ich lotzche den ein. Boom, boom, boom! Nice! Nur noch einer, oder? Haben wir alle besiegt? Ich glaube schon. Siehst du das? Ist das die Flagge? Weißt du, was das bedeutet? Wir müssen jetzt nur noch den epischen Sieg holen. Meinst du, wir schaffen das? Natürlich! Okay, na dann, let's go! Das Heftige an diesen Lichtshattern ist, dass man einfach so unnormal schnell farmen kann. Guck mal, ich habe jetzt schon direkt 200 Heils gefarmt. Boom, 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 boom! Und diesen Dodge war echt so übertrieben, ne? Du kannst du seitlich nach vorne und nach hinten dodgen. Richtig geil! Snipe! Vor unserem Gegner, die snipen auf uns! Okay, das wird mega interessant. Mal gucken, ob wir eine Chance gegen uns haben. Aber ich glaube nicht! Denn wir haben das legendäre, mystische Lichtshat. Die rushen uns. Werden angekriegt. Okay, nice. Ich werde versuchen von oben den einen Kameraden zu holen. Der ist bei mir. Habt einen guten Hit bekommen. Der ist gleich One-Shot. Ich schaffe das, die Forks. Zack! Sind die beide hier, oder was? Ich habe einen. Wir haben einfach keine Chance, Digger! Wo ist denn eine andere kleine Pilzkopf? Ich habe gar keine Mets mehr. Du hast keine Mets mehr? Okay, dann mache ich das. Ich mache das schon, bruh. Oha! Dass wir plötzlich von Granatwerfer attackiert werden, damit habe ich nicht gerechnet. Dann müssen wir das anders weggehen. Ich habe eine Schusswaffe bekommen. Die sind beide hier drin, ne? Okay. 150er Hit. Digger, hast du das gesehen? Ich habe ihn einfach weggelasert. So ein Ding war das. Jetzt haben wir uns gegenseitig. Freunde, man muss wirklich sagen, dieses Lichtschwert ist anders heftig, okay? Wenn du wirklich mit dem letzten Hit triffst, ihr habt gesehen, du machst direkt 150er. Er hat gar keine Chance. Plus, ich finde es auch unnormal krass, dass man so leicht farmen kann. Nice. Reicht mir schon. Baust du Mets? Ich habe so viele Mets eigentlich. Ja, ich habe 1.000. Ich brauche. Nice. Oha, wie viel Damage man dagegen machen kann. Bum, 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 bum. Bumm. 300 machst du einfach. Zack. Nice. Ey, gefällt mir das Lichtschwert. Gefällt mir unnormal. Kämpfst du für die helle oder die dunkle Seite? Ich kämpfe für die helle Seite. Und du? Ich ebenso. Aber wieso? Hast du ein rotes Lichtschwert? Weil ich ein rotes Lichtschwert haben will. Hast du was dagegen oder was? Na, ich weiß ja nicht so ganz. Vielleicht bist du ein Verräter. Ich bin kein Verräter. Vielleicht bist du der Verräter. Vielleicht wurde mir das Schwert einfach in die Hand gedrückt. Und ich habe es einfach ganz freundlich angenommen. Schon mal daran gedacht? Nee, oder? Ah, ich weiß nicht. Komm mit, da hinten sind die Gegner. Die werden jetzt unsere Lichtschwert ein bisschen kosten dürfen. Auf schmackhafter Basis, sage ich dir. Guck mal, der heizt sich. Ich könnte ihn jetzt so weglasern mit meiner M4. Aber ich will ihn mit dem Schwert kicken. Nice, mach weiter Druck, 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 Druck. Wieso hat jeder Granatwerfer? Was soll das? Mein Name hängt sich alles auf. Was ist denn da los? Dicker. Was ist denn da los, Dicker? Boom. Oh, oh. Was ist denn der, Dude? Hey, Buster, komm mal. Einer ist tot. Dicker. Das ist zu OP einfach. Ich bin durch Falle verrickt, nicht durch ihn. Ich renne einfach rein mit meinem Laserschwert. Und die haben keine Chance. Hey. Was ist das für ein Licht übrigens? Warte ganz kurz. Was ist mit meiner Webcam los? Zone kommt, oder? Freunde, Zone kommt. Nein, sagt mir doch was. Bescheid. Bruder, ich bin doch sonst tot. Hey. Ich hab Fische, ich hab Fische, ich hab Fische. Du hast Fische, Fische? Nice. Es leben gar nicht mehr so viele Gegner. Ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab auch... Ich muss meine Facecam erstmal richten hier. Ich bin überbelichtet. Die Sonne ist einfach in mein Zimmer. So ein Ding ist das grad gefühlt. Warte. Komm, ich heil mich kurz. Ups. Ich hab auch Mettkid. Ich hab auch Mettkid. Aber ich hab grad anderes Problem. Wenn du das sehen würdest. Ich hab einfach die Sonne in mein Zimmer. Kannst du dir vorstellen, was ich damit meine? Wie? Ja, ja. Ich weiß nicht. Ach, da hinten. Warte kurz. Irgendwann später. Oh, ja, ja, ja. Was ist denn... Oh, ja. Was ist denn hier los? Let's go. Lass uns den epischen Sieg kommen. Den epischen Sieg, sagst du? Schaffen wir doch mit links. Denn ich hab das legendäre Lichtschwert in Rot. Wo sind die denn? Von wo schießen die? Südwest. Südwest? Dann lass mal direkt rushen, oder? Ja, ja. Schwimmen, schwimmen. Ich bin echt gespannt, wie lange das Lichtschwert so war. Da oben bauen die alles ab. Siehst du das? Komm mit, komm mit, komm mit. Die haben auch ein Lichtschwert. Das wird ein Lichtschwert gegen Lichtschwert, oder was? Komm her, Bro. Komm her. Ich komm her. Uh, ha. Und. Boom. Ey. Nein, 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 nein. Die sind bei mir. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Der hat auch mit dem Lichtschwert gekämpft. Damit hab ich echt nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob du schaffst das. Der macht von oben Druck. Der macht von oben Druck. Ich muss hier weiter weg. Nein, 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 nein. Ich bin One-Shot. Er ist tot. Der eine ist tot. Der ist bei mir. Ja, ich komm her. Oh, das war knapp, das war echt knapp, hau man dich mit. Das war echt gut. Das war echt schmackhaft. Ich muss mich jetzt heilen. Ich muss mir kurz meddrucken. Nein, es ist jetzt nicht ready. Ich mach kurz alles kaputt. Wo ist denn sein... Bra! Wo ist denn der Dude? Nein, 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 nein. Oh, oh, ich hab keine Metzen mehr. Ich hab gar keine Metzen mehr. Dann machen wir das anders. Ich krabbel zu mir. Oh, oh. Komm herunter. Ich komm. Denkst du, wer hat mich gesehen? Der Rass. Er hielt sein, mate. Was ist mit den anderen zwei? Er hielt grad sein, mate. Wir müssen schnell drauf. Ja, okay, okay. Ich mach das, ich mach das. Die sind beide wieder am Start. Die sind beide wieder am Start. Ich muss alles blockieren. Pass auf. Es kommen Granatwerfer angeschossen. Ich bin ganz hoch. Macht das Spaß mit dem Wegschreiben. Ich hab zwar keine Metzen mehr. Nice. Nicht nice. Nicht nice. Das ist für Sicherheit. Nee. Nicht schwer. Das war knapp, das war knapp. Die Zone kommt. Ja, die Zone kommt. Ich muss hier links lang. Ich hab keinen Metzen mehr. Warte, ich mach von der anderen Seite Druck. Oh mein Gott. Ich hab die fast gegeben. Nein. Nein, 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 nein. Ich hab einen. Ich hab einen. Bro, ich hab die auseinandergenommen. Du hast nicht gesehen, was ich gerade gemacht hab. Digga. Ich hab die auseinandergenommen mit dem Leichtschwert. Ich hab die auseinandergenommen. Oh mein Gott. Das war anders krank. Ich brauche Metz. Ich brauche Metz. Du musst mir Metz geben. Ich hab. Ich hab die mit dem Leichtschwert auseinandergenommen. Du bist ein wahrer Jedi-Meister. Uiuiui. Wenn ich das wirklich? Die machen von der linken Seite Druck. Oh oh. Ich hab ein. Nice, nice, nice. Lass mit dem Leicht zu spielen. Lass mit dem Leicht zu spielen. Er soll unsere wahre Kraft von unserem Leichtschwert kosten dürfen. Warte, ich versuche mal ein paar Flummis reinzuschmeißen. Komm, ich schmeiß den paar Bälle. Paar Star Wars Bälle auf seinen Nacken. Okay, nice, 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 nice. Freunde, schreibt mal in die Kommentare. Wie findet ihr das Leichtschwert? Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich ein bisschen dagegen. Aber allein durch diese Episode gerade, durch diese Folge. Ihr habt gesehen, wie ich die zwei da auseinandergenommen hab. Hey. Bro. Guck mal, er bekommt meinen Ball. Nein, er hat nicht Angst bekommen. Oh. Wir versuchen, die letzte Zone mit den Kollegen zu machen. Der farbt Metz. Vielleicht kannst du ein bisschen auf ihn schießen, sodass er keine Metz mehr hat, weißt du? Genau, schieß mal. Ich mach hier ja nur die Lichtschwert-Challenge. Hab ich bis jetzt komplett durchgezogen, Freunde. Ich hab nicht einmal eine andere Waffe genutzt. Auch wenn ich sie im Inventar hatte. Der Arme hat keine Metz mehr. Der Arme hat keine Metz mehr. Er möchte mich runter schießen. Der soll doch nicht dich runterschießen. Guck mal, ich mach sogar Herzen und Anwes. Geborenes Herz. Warum tust du uns das an? Das ist der Chef-Gip-Skin, Freunde. Oder? Ja, er schießt nicht unter. Ich hab nicht so viele. Er ist ja so ein bisschen geblich. Komm her, ich hab Schildkrank für dich, wenn du brauchst. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Guck mal, wie aggressiv der ist. Ich sag, wenn ich hier runterfalle, ne? Dann krieg ich direkt auf ihn auf. Hey, ich muss ehrlich sagen, das Lichtschwert gefällt mir. Oh, nochmal. Ich hab Spaß. Bro. Freunde, es wird Zeit, dass wir den guten kleinen Pilzkopf hier finishen. Mit dem legendären Lichtschwert. Erstmal werden wir ein bisschen blockieren müssen. Genau so. Der wundert sich schon. Guck mal, der wundert sich schon, der Arme. Wenn ich sterben sollte, musst du dann direkt rauf. So ein Ding wird das. Guck mal, ich blockiere alles. Der Arme hat keine Chance. Boom, Junge. Ey, er hat auch ein Lichtschwert. Er hat mich gekillt. Du musst rauf. Boom, Junge. Nice, Street Fox. Street Fox, dein Lichtschwert hat unser Arsch noch gerettet. Musste sein, Freunde. Ihr habt gesehen, das war verpackt. Ich war hinter ihm. Er macht den 150er-Hit und trotzdem hat er mich gekillt. Aber no risk, no fun, Freunde. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was für eine Challenge wir als nächstes machen sollen. Haut rein, checkt Street Fox ab. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Peace.